Greetings children and welcome to let's play ad und so. Wollen wir einen custom wechsel machen? Mastermind, endlich erschienen, voll gut. Machen wir mal ne? Und die aufmerksamen Zuschauer sehen, dass DJ Bastani schon mal da rumspannen ist, das ist cool. Dann sehen sie auch, dass ich hier Level 35 bin bereits. Das liegt daran, dass ich hier jetzt die Zeit, wo ich jetzt von Level 26 bis 35, die habe ich jetzt einfach nicht aufgenommen, Schrift und Wissenschaft war. Sondern habe stattdessen einfach gesagt, jo, reicht schon so. Klassenwechsel und dann immer wieder die Runs, das reicht. Weil Alice's Let's Play ist echt schon echt extrem viel geworden und ja, da habt ihr eigentlich auch so gut wie alles dabei. Und wir schauen uns mal den Text an, den Dialog hier mit den Pongos. So, Speicherlegierung sammeln, yay! Einmal ein Yay von dir, Lina. Das war schön. Okay, dann starten wir halt einfach. Wir haben richtig Powerlevel gemacht in den letzten Tagen. Level 27 auf 35 in weniger als gerade mal schleppe, keine Ahnung. Ja, 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 ja. Denkst du, du kannst hier einfach da meinen Hyperaktiv klauen, ja? Ist das so? Ja, mein schönes Cubic. Aua. Dafür, dafür, dafür kann das, wie ich ohne mich, nicht das hier. Loll. Kann er doch. Was? Wozu braucht man mich noch? Irgendjemand muss es beschwören. Ja, ich habe es verstanden. Oh mein Gott, da hat das Feech weggesnipert. Trotz, trotz diesem Dampfzeug gedös. Das Feech ist zu hyper, alter. Wut! Nani! Apf, das schauen wir ja locker in zwei Minuten aus. Ja, DJ Bastien ist heute wieder am helfen. Mein Schnuckele. Und... Ja. Ich helfe dafür bei einem Crimson Avenger. Später dann. Das wird auch lustig. Das heißt, später... Der Kastenwechsel muss noch erscheinen, aber wir... tun schon mal vorbereiten, weil wir es sind cool und wir... machen nicht spontan, wir vorbereiten Dinge. So wie wir jetzt hier für das LP extra mal 35 machen. Ach man, ich wollte aber hier schießen. Guck, das ist volle für umsonst jetzt gewesen. Heiße Luft. Heiße Luft habe ich produziert, wer nicht? Also ihr seht auch, viele, viele Skills habe ich bisher noch nicht. Also ich habe eine Panzermaster, dann den ersten Dynamo-Modus und dann die Standard Skills von Ad, die er so hat. Ich wollte eigentlich von Level 40 kriege ich dann endlich den... Phantom Suche oder wie der dann heißt. Genauso wie Python. Und dann kommen langsam die Mastermind Skills. Es wird ein bisschen dauern. Es ist genau wie beim Saka Devanam. Es ist genau das gleiche, habe ich noch nicht alle Skills. Bis zum Kombivideo wird es dementsprechend noch etwas dauern, aber ihr werdet ja noch genug... äh... Gameplay von mir sehen in dem Sinne. Bis dann kommt der eh schon, steckt der eh schon dahinter, was da alles dazugehört. Und es wird bereits debattiert, wie übelst OP Mastermind bereits ist. Und ich finde geil, dass... Und ja, ich finde viele Sachen geil. Ich finde geil, dass der Mastermind hier im deutschen... äh... als auf Server, dass da ebenfalls Mastermind heißt und nicht irgendwie... keine Ahnung, verrücktes Genie oder... Genie verrückt oder Cheater. Oder Cheater, ja. Können wir da ja auch gleich Cheater nennen, die Klasse. Hacker, Cheater, Bot. Leider kann man jetzt hier nicht vorstürmen wie in Henners ROM-Zeit, sonst könnte man hier einfach alles platt machen. Du hast gefehlt, du hast das Ding noch nicht platt gemacht. Wahrscheinlich ist die Waffe kaputt. Oder auch nicht. Guck mal hier, Laser. Musch. Geh nicht mal kaputt. Noch nicht mal kaputt. Verdammt. Yeah, ein bisschen mehr XP. Ich glaube, die Waffe ist kaputt. Muss ich mal checken. Löl. Aber wahrscheinlich vom, äh... Ne, nicht vom PET. Vom... PVP-Set? Ne, ganz bestimmt da auch nicht. Äh... Obwohl es bei dir eh so manchmal komisch ist. Manchmal hast du irgendwie noch Quests von Sachen, die schon steinalt sind. Also... Ja. Bei manchen Chars. Ich glaube, das war doch... Die EM gehörte da auch noch dazu. YOLO SWAG! YOLO SWAG! YOLO SWAG! So... Da hab ich den ollen PvP-Quest endlich gemacht, was ich überhaupt gar nicht großartig nutzen werde. Juhu! Einen schönen Tag! Hast du schon etwas gegessen? Klar hab ich schon was gegessen, Camilla. Denkste, ich würd hier was aufnehmen, ohne was zu essen? Ne, dann soll mal später noch was essen gehen. Beklejęs... Bekleijs! So sieht's aus... Alles klar, Hä, läuft läuft. Ah... Need for Speed Style. Vert da nur drifte Tag um die Kurven und... Leotz Zico. baum küssen ja so halte muss halt sein du immer weiter apokalypse nur weil bei mir diese supergeile cube auftaucht aller der rubik's cube der verdammt ist so nenne ich ihn in Zukunft der rubik's cube der verdammt ist wir können aus dem dungeon raus ne also wenn du bock hast also Gamecube ja klar wir können auch Gamecube nennen die auch nichts dagegen ein moment ich habe gerade den text vom klassenwechsel ok jetzt jetzt kannst du machen oh Freundschaft schließen toll Gruppe toll so ich mache erstmal einen kleinen cut bei diesem Part und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Klassenwechsel Teil Nummer 3 ist es inzwischen und ja mal sehen wir wie weit wir kommen bis denne ciao